Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja heute mal wieder eine weitere Folge von Road to Sniper Bro und zwar spiele ich hier gerade Sniper's Only das ist ein neuer Modus und was hier geht Wow, nice one Okay den hole ich mir ich bin so scheiße man ich muss echt mal mehr Sniper zu spielen allgemein mehr BO3 ich bin in letzter Zeit kaum noch BO3 voll ungewohnt eigentlich will ich immer auf die Secondary wechseln aber geht nicht, kann auch nicht Fäuste benutzen Schlagen kann ich auch nicht deswegen heißt das auch Sniper's auch nicht okay ich krieg ihn nicht mein Aim ist zu scheiße das ist voll seltsam ey so uah alter war der Shot nice zeigt sich nicht push ich mal in den Spar ich weiß jetzt schon dass das nichts wird jawohl die MET rettet mich es gibt auch keine Ghostfreaks es gibt gar nichts es gibt gar nichts das ist also 5 6 du du komm zeig dich Nein! Mann. Nein. Scheiße, Mann. Ich bin so schlecht. Komm, erzeugt mich fest, vertratet. Nee, Kaltblükel. Ich kann nicht mehr sprechen. Kaltblütig. Jawohl. Nein. Ich habe sogar den längsten Shot in dieser Hunde gemacht. Sieht ja oben rechts. Matchbest, 81 Meter und Purschen. Oh Gott. Okay, ich dachte schon. Nein. Kann ich mir sagen, wie der nicht aufdenkt. Jawohl. Ich muss ja weg. Oder? Ja, ich gehe weg. Und jetzt werde ich irgendwie geholt. Oder auch nicht. Ich hätte versuchen können, ihn zu wallbangen. Machst du jetzt überhaupt mal? Yo! Nice. Alter, ich habe dich den noch geholt, ey. Spawnwechsel, oder? Nee. Alter! Nein! Och, komm, Alter. Das Gute hier ist, man hat kaum FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder, weil nicht so viele DLC-Waffen als Nelter gibt. Ich weiß einfach, weil man einfach nicht durchstricken kann, was die FPS-Einbrüche herunterzieht. Alter, der Modus macht übel Bock, ey. Ich will positiv rausgehen. Es geht ja auch nur bis 75. Deswegen. Ja, ich habe das gut. Hoffe ich. Ich, dass ich jetzt einfach einfach nur sterbe. Was ist mit dem los? Was hat denn... Alter. Ich habe noch nie so ein Visier gesehen, ey. Also, dieses Hologramm-Dingsbums oder was das da hin soll. Wie man das auch nennt. Okay, ich mache noch eine Runde bis gleich. Es ging eigentlich ganz gut, die Sache. Meine Meinung nach. Es war ein geile Schotzer bei, wie diese zwei Longshots oder man zwei, keine Ahnung. Und ich sah eine Wolving, Alter. Ja, die Runde hat übel Bock gemacht. Deswegen mache ich noch eine zweite bis gleich. So, Leute. Zweite Runde auf Combine. Ich glaube, das wird hier nichts, aber... Ich gebe mein Bestes, weil die Map ist eigentlich zu klein fürs... zum Snipen. Oh. Oh. Weg. Okay. Ich muss hier Harz kommen. Perfekt. Das war noch nicht mein Harz-Kopf. Oh. Alter, was? Komm, Seth. Keine Reflexe. Ach, Mann. Nein. Jawohl. Jawohl. Mann, diese FPS-Einbrüche, ne? Die fucken einen richtig ab, ey. Wow. Wie konnte das kein No-Scope sein, ey. Nein. 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 Mann, eigentlich wäre das ein Collet, nur ich gebe den anderen Hitmarker. Habe die dann trotzdem noch gekriegt. Ich habe die dann trotzdem noch gekriegt. Mit Makar. Hey, das ist ja... Komplett was Neues für mich. Mit der SVG. Mit Makar zu machen. Jawohl. Das war kein Aim, aber... Jawohl. Okay. Kinetic. Nein. Ach, komm. Jawohl. Traffiker. Jawohl. Nein. Okay, 13-6. Ich bin bis jetzt der Beste. Ne, außer... Ein Gegner-Team. Der ist halt noch besser. Nein. Hitmarker. Jawohl. Hey. Ich hatte echt noch nie... In irgendeiner Runde ist so viel Hitmarker mit der SVG. Nein. Wie schnell meine Teammates sterben. Ich will die XBR. Ist voll OP. Mann. Ich will die ganze Zeit messern. Also... Schlagen. Nur ich kann nicht. Das fackt so ab. Was? Hä? Okay. Wie hoch meine Stimme ist. Nein. 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 Leu. Ich schneide die Runde vorbei war. Okay. Mach noch eine Runde, ey. So, dritte Runde. Noch eine Runde auf Combine. Und... Dieser eine... Spitzer Sniper-Typ ist im Gegner-Team. Und... Ich ver-kack. Nein. Gut, dass der Teammate mit der T-Ring spielt, ey. Smurfer kommt, oder? Jawohl. Eins. Eins. Ich war mir sicher, dass ich den linken geholt hab. Äh, den rechten. Ey, ohne Witz, ne? Wie der... Trifft er alles? Seltsam. Alles muss ich alleine machen, ey. Er trifft alles! Ich bin noch nie so hängen geblieben. Alter. Alter. Steht 4 zu 8, Mann. Steht 4 zu 8, Mann. Jawohl. Nein. Oh. Oh. Warum gibt es offene Visiere, ey. Das ist doch keine Sniper mehr. Das ist doch keine Sniper mehr. mile Nummer 3, Mann. Was der Monat totesieren? Nein. Shona. Ich hab' nur den stations Emmy des Ra交ers zu tun. Ich hab' auch ne? Jawohl. ... Ich hab' auch ne? Ich hab', sectors metronischen Test. Ich werde so deprimiert, jawoll. Kann mir einer sagen, warum die Schüsse nicht drauf sind? Die waren doch drauf. Jawoll. Jawoll. Meine Fresse. Jawoll. Mann! Mann! ich check's nicht wie kann ich hier spawnen ich habe geschossen ich war drauf und erst nicht gestorben dieser sn nick ne der fakt so ab alter trifft alles so 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 er steht einfach ein 40 zu 8 und es geht bis 75 okay dann war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lassen der würde mich richtig freuen haut rein bis zum nächsten mal